Wir haben das mit der Vitalität ein bisschen losgegeben und vielleicht auch noch ein paar Infos auf den Weg geben. Und du bist noch oben, bis du hinter der Kurisse sind, geht jetzt mal den Puls, dann hinten dran, bis der Kandidaten geht. Also nochmal einen riesen Applaus für die Andrea Janssen. Wir haben einiges vor, wir brauchen euch.